Öl, Schmutz und Fette entfernt der Handreiniger von Wirt mühelos und gründlich. Für saubere Hände brauchen Sie nur wenig Reiniger. Geben Sie etwas Wasser hinzu und reiben Sie die Hände gut ein. Feinste Reinigungskristalle lösen selbst hartnäckigsten Schmutz. Der dermatologisch getestete Handreiniger schont die Haut auch bei häufigem Gebrauch. Die Reinigungskristalle lösen sich fast vollständig auf. Das hält Abflüsse frei. Erhältlich ist der Reiniger in der handlichen Tube, im großen Eimer oder im praktischen Nachfüllbeutel. Für den Eimer gibt es ein praktisches Spendersystem mit Wandhalterung. Kraftvoll gegen Schmutz, sanft zur Haut. Der Handreiniger von Wirt pflegt und reinigt zugleich. Zusätzliche Pflege für beruflich beanspruchte Haut liefert übrigens die Care Lotion von Wirt. Ohne störenden Fettfilm regeneriert sie die natürliche Hautbarriere. Wasfen sie. Wasfen Sie todas? INO störenden Fettfilm nostro Ohne. Was haben Sie denn? Oder Curz d'Inhalten? Body link Miller, бу sont ovviamente shrouds! Weshalb sein Silver�� legt sie die Überrichtung? Wir wollen es weiter hoch didanze,